da ist doch bestimmt die zwischen der tügel aufgewacht bitte was das verstehe ich nicht ah oh ich bin dumm move da ist richtig ein move dran oder nicht muf Ich versteh nichts mehr. Schönes Geräusch. Hä? Warte, 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 ich bin grenzenlos debil. Das müssen wir jetzt irgendwie bestätigen. Oh Gott, ist das nervt rückend. Muss es gleich eine Wellenform haben, oder wie? Das andere. Nervt rückend. Oh Gott, ich will nicht mehr. Wellenmengen, Zähler, und das ist mühs. Oh Gott, 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 dieses Piepen. Das ist zu kurzem. So verstehe ich sie nicht mal. Wir bauen hier lange Dinge. Genau. Das sieht gut aus. Gott sei Dank. Das reicht ihm noch nicht aus. Das reicht ihm noch nicht aus. Oh, eine große Tasche. Hier frei dich. Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sind alle, sie sind tot. Am Tod, das waren diese Männer. In Schwarz. U.S.S. Die Spezialeinheit vom Hauptquartier. Aber warum? Ist die Aufgabe, nicht zu uns zu beschützen? Weiß der Hirne in einer guten Seele. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie. Ein Genie, wie? Ich kann nicht allein sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen nicht. Und dann verarsche ich sie. Ich gewinne den Nobelpreis. Dann hält ein Genie. Ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde... sterben. zum Ende. Also, ist in der Kopf. Jetzt was eingeschaltet. Kaffeeautomaten benutzen. Ne, das bringt hier ab nichts. Sieht noch hübsch aus. Können besser den Kaffee trinken. Da drüben wissen wir jetzt auch, wie wir die Dinger benutzen. Wie wollen wir das nicht? Na dann. Kann ich nur noch um Sturm landen. Das ist halt ein ganz großer Bereich hier. Führungspersonalrechte für Kommunikation ist erforderlich. Jetzt müssen wir halt da runter wieder. Aber hier noch was. Und hier ist es... Und hier ist es... Okay, das ist für Schmalt. Ah, hier ist ein Move. Oh, gut. Ich hasse alles. Fast. Jetzt kriege ich ja mein Non-Tinnitus. Wir müssen das erste Mal geschafft. Ach, nehme ich die Kopfhörer ab. Nervig. Seht doch genau aus. Nicht, dass man verstehen würde. Okay, vorstelle ich uns ein wenig höher. Ach du Scheiße. Das hatten wir doch schon fast. Okay. Okay. Oh. So. Ja. Endlich. Ganz weit das Ding. Oh, die Dose gerade. Das ist hilfreich. Ah, Benzin. Sehr hilfreich. Das Werkzeug brauchen wir nicht mehr. Hier mal speichern. Schöne Zahl 42 bespeichern. Regenmesser. Brauchen wir auch nicht. Ja. Dann kommen wir jetzt da mit runter. Und dann kommen wir das dann mit Tiefkühlen. Dann kommen wir hier weiter. Ich werde es schon liegen. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben... Was hat er vor? Kannst du glauben, diese Cartwright? Was für ein Arschloch? Na ja, er ist der Boss. Vorerst egal. Hast du meinen Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sagtem Scheidung des Bundes. Hat es nicht unserem kleinen Meeting geschafft? Schön. Sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Angelegen stattdessen keine Aufgabe. Dein Budget für das übernächste Jahr zusammen. Bis heute Abend. Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Rüstbereich ist isoliert. Den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. So versteckt sich dieser Drexat gerade weg. Gewächs 43 geht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, wo es zu spät ist. Rein, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Lässt du dich an Susi, die Cheerleaderin, ein tolles Mädchen? Waren beide total verschossen in sie. Sie wollten natürlich nichts von Nerds. Ich musste hier noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste ich aber... Wie hat den Gefrierschwanz ausgewählt? Wie hat den Gefrierschwanz ausgewählt? Hier. Einmal kühlen, bitte. Das soll doch gesprüht werden. Warum... Vom Frieren was ein, damit es wieder aufgetaut werden kann, oder? Kühlvorgang abgeschlossen. Was soll der Mist? Der lebt doch bestimmt nicht mehr. Was soll das denn? Was soll das denn wirklich hier sein? Was soll das denn sein? Was ist hier? Das ist sicherlich. Nee, hier ist jetzt nichts endlich. Ach, scheiße. Ähm. Wo kommt denn der jetzt her? Nur da schon. Okay. Aufzug-Werichtsausstörung. Vernichten war das Ganze unmöglich. Ich hoffe, das ist der Effekt, der das tut. Nicht, dass hier noch irgendwas ausgelöst wird. Lösung wird zerstanden. Ja, das löst die Pflanzen auf, oder was? Hm. Die Level 3-Karte. Das hat funktioniert. Da werden wir eine Violette brauchen. Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet, und Sie müssen sich etwa in die Strukturmaßnahme unterziehen. Momentan, ich wünsche mir das Problem. Stufe 3. Füllungspersonal. Ah, dachte ich mir, dass sie wieder kommen. Was ist das Problem? Ach, du Heilig-Scheiße. Den habe ich ja vermisst. Wir müssen noch den... Den Westflügel müssen wir noch machen. Ich werde die E-Mails lesen. Wann ist Nest ein Nest für Spirone geworden? Im letzten Monat drei dieser... Diesen Monat sogar vier. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sagen Sie für Sicherheit Karte weit. Oder wollen Sie enden mit Ihren Vorgänger. Schränke aus dem Abbeute den Zugang zum Westbereich einigen. Gewöhnen Sie alle Anfragen für ein Mod-Quartier, die mit G zu tun haben. Die Schliffsträger tragen sowieso nichts zu dem Projekt bei. Ich habe sie dann nur Repli automatisch generiert. Im Plattformen und das ist der Zugang und Kraut vernichtet durch unautorisierte Mitarbeiter. Was Träger vorgesetzt. So schnell weg hier. Oh, speichern, 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 speichern. Und dann noch nach Westen. Hoa! Ich komme jetzt mit dem Puder auf her. Ich bin da davor, davor, wie tut das jetzt so drei granaten auf dem stext auf die 10 auf die trophäe kann jetzt und da unbietest Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Was machen wir jetzt? Ziemlich ruhig hier. Oh Gott, nein. Wo ist es? Ich hasse es. Das war es ja schon fast. Das müsste es sein. Na komm bitte. Ja. Nice. Schreibmaschine ist hier nicht. Schade. Oh weia. Gebi-Lux-Programm-Wesbrech erhalten. Das kann ja noch scheiße werden. Und wir müssen extra warten uns dort. So ruhig. Viel zu ruhig. Es war einfach. Forschungsteilbuch. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen. Vorun begann die Beobachtung. Das medizinische Team half das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 fach und 10 Punkten auf die G-CES zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich. Aber von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. Der Proband 1 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außerdem ein Embryo plantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt und ein Proband brach. Während der Experimente zusammen nahm sich das Leben. Wir verabrechen das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Residenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hat. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht und zudem 628 eine engere Beziehung hatte. Anzeichen des Widerstandes. Nach 40 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Die Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Anzeichen des Widerstandes. Das war einfach. Zu leicht. Zu leicht. Zu leicht. Und ein Bild mal speichern. So, kommt zu leicht. Na, hallo. Was zur Hölle geht hier vor? Darf ich die Waffe auch haben? Ja, was zur Hölle geht? Können wir sie bitte ausschießen? Ja, was zur Hölle geht? Ist Umbrella's Schuld, das alles? Wir gucken, was die... ...die... das... ...Pika-Armband her... ...aber wir wollten nie, dass das passiert! ...dann erzählen Sie es mir... ...von Anfang an! Na toll... ...Story! So einfach kommt ihr nicht davon! ...dann ist das Ihr Monster! Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie... Sie können es drehen, wie Sie wollen! Es ist doch eine Schuld! Es lebt noch! Auf die Augen schießen! Ich bin so... Sie suchen einen... ...NPC, der nicht mehr ankommen ist! Ah! ...ir ist noch nicht bekanntlich! Ich darf auch nicht entkommen. Doch was kampf. Auf die Augen. Einer hat er am Rücken. Verdammt. Heilung. Wie komme ich denn hinter ihnen? So. Ich habe auch nicht mehr viel Schuss. IC. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Wir brauchen. Munition. Pistole Direktion Not done Dann komm Rücken Auch nach vorne Oh jee Ich hab's nie da oben Äh, nicht gut Hedung, 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 hedung Aber noch kritisch Ach du Scheiße Aha Schaut gut aus Da geht es da um Puh Ich guck mal ob es hier noch Mention gibt Ich kann auch nicht glauben dass das der was kommt war Müsste ich es nehme ich noch da Aha, okay Ja Das ist ... Ich guck mal Es geht hoch Ich spiele ja auch leicht Das kann schon Auch sehr leicht Und das die Digi existiert noch Deswegen Und da haben wir noch so Dinge in der Mitte Sont schon Sont schon der wachstum nach oben sein sagt mir nur du zerstörst die probe das ist ein beweis der geht ans fbi du vertraust im miststück was soll das bedeuten die zerstörung ist schon das richtige sie ist eine söldnerin sie wird es verkaufen das virus geht an den höchsten bieter das ist bullshit ach ja ich hoffe du hast recht aber wenn das virus in die falschen hände kommt was ich werde selber zerstören wir haben aber noch nicht das violette band das so 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 so